Einer der besten Schüler von Imam al-Shafi'i. Jeden Tag hat Abu Ya'kob, jeden Freitag hat Abu Ya'kob, Rahimullah Ta'ala, die Gesamtkörperwaschung gemacht, hat sich eine wunderschöne Tracht angezogen und ist bis zur Gefängnistür nach vorne gegangen. Dann sagte der Gefängniswärter, wohin? Er sagte zum Jumu'ah, denn ich habe den Gebetsrufer gehört und ich möchte jetzt diesem Gebetsruf folgen. Dann sagte er zu ihm, der Gefängniswärter, geh zurück, setz dich und möge Allah dich heilen. Er dachte, er wäre der Kranke, der Verrückte. Und so hat er das jahrelang gemacht. Er wusste, er darf nicht raus, aber was hat er gemacht? Ich mache immer wieder die Absicht, ich mache Russell und gehe mit meiner Tracht, die ich angezogen habe für den heutigen wunderschönen Tag. Möge Allah uns den Freitag immer segensreich machen. So gehe ich zur Gefängnistür und er wurde immer wieder abgewiesen. Wo ist er gestorben? Im Gefängnis. Mit dieser Einstellung. Jedes Mal, er hat nicht abgelassen, seine Absicht zu machen. Obwohl er wusste, er wird nicht aus diesem Gefängnis herausgebracht. Aber Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wir sagen, was ist das für eine Absicht? Jeder von uns würde sagen, ich habe es versucht. Ist auch richtig. Aber schaut mal, er hat es nicht nur versucht. Immer, ne? Immer wieder hat er am Freitag dieselbe Prozedur. W�킹 hinbeweihe ich deine Abwe Democratic-A-RGBTV. Während thürfen einen Char Mobile drauf- Raustfertik. ich glaube, ich almond, ich zeige die Abwechner plastikтаки. Abwechner Pode- Se Mist. Ich erfreig die Abwechner 40. Die Abwechner Co That Number- goodness wird immer aus Advisor verhparent um das Spiel. Wenn er diese Abwechner für den Staderaum cartbek,